Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo in Jurassic World Evolution 2. Und heute schauen wir uns als allererstes eine Mod an, welche insgesamt 13 neue Szenerie-Items in das Spiel bringt, beziehungsweise Deko-Objekte. Das sind alles Jurassic Park Deko-Objekte. Die sind inspiriert von vielen Spielen von der Jurassic Park Serie und auch einigen Concept Arts. Dann haben wir unter anderem einmal hier dieses wunderschöne Eingangsgebäude. Die Objekte sind übrigens reine Deko. Das sind keine Objekte, wo die Besucher dann wirklich reingehen. Also keine Gebäude, richtig. Aber echt schön mit den Brachiosaurus-Skulpturen davor. Dann ist hier Bernstein. Aber hier steht nichts drauf oder sowas. Wäre ganz cool gewesen, hätte hier noch Jurassic Park drauf gestanden. Da, Innovation Center. Okay, das ist ein Innovationscenter. Also wahrscheinlich der Eingang einfach. Das kann man sich dann, glaube ich, selber zusammenbauen. Das Ganze mit diesen Dingern hier, glaube ich. Ah, nee, das ist ein... Ah, okay. Johns Toy Shop. Ich glaube, John ist der Mod-Ersteller. Ja. Sir O... Oder Sir 0 John ist der Mod-Ersteller. Der hat ja wohl seinen eigenen Spielzeugladen dann gemacht. Die könnte man dann auch so kombinieren, die Gebäude, ne? Dann kann man da auch was Größeres draus machen. Ich glaube, das passt ganz gut. Ich platziere es jetzt erstmal so, dann können wir uns das angucken. Weil hier sind auch Details in den Schaufenstern. Keine Ahnung, was das ist. Aber die anderen Sachen kann man ja kennen. Und auch hier sind noch ein paar Details drin. Oh, hier sind auch noch ein... Jurassic Park. Das ist das Super-Nintendo-Spiel. Degosaurus. Degosaurus. Rexy. Und da ist auch das Game-Boy-Spiel. Finde ich cool. Und da kann man dann, wie gesagt, glaube ich, auch ein riesiges Gebäude draus bauen, wenn man die kombiniert. Weil man kann die auch alle ineinander platzieren. Das geht sogar, glaube ich, dann ohne die Free-Build-Mod. Weil die halt eine sehr kleine Hitbox haben, glaube ich, nur die... Äh, Geschäft ist. Glaube ich nur dieses kleine Vieheck da, wo meine Maus genau ist. Seht ihr das? Ich glaube, das ist die Hitbox. Das kann natürlich ein Vorteil sein und auch ein Nachteil. Das heißt, Dinosaurier könnten zum Beispiel durch die Gebäude durchlaufen. Dann kann man die Wände der Gebäude, also das hier, nicht als Zaun verwenden. Aber dafür kann man dann auch ohne Probleme da durchbauen und sowas. Das ist halt auch ein Vorteil. Okay, das ist so ein Lautsprecher. Mit Bildschirm dran, so wie es aussieht. Ja, Mr. DNA ist da drauf. Echt cool, die Liebe zum Detail bei den Sachen. Und dann haben wir hier ein paar Schilder. Mit verschiedenen Farben. Hier Stück insgesamt. Mit dem Jurassic Park Logo und dann diesem JP für Jurassic Park. Und das hier ist ein Tennisplatz. Ja gut, das Gras müsste ich jetzt hier unter entfernen, damit es besser aussieht vom Nahen. Können wir mal schnell machen. Ja, und dann ist es einfach ein Tennisplatz. Keine Ahnung, woher der genau kommt, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich aus eben einem Jurassic Park Game oder so. Aber ich kann die Sachen allgemein auch nicht zuordnen, muss ich sagen. Also wenn ihr da wisst, woher diese Gebäude und sowas kommen, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Das hier ist ein Mülleimer. Auch mit dem Jurassic Park Logo drauf. Und dann haben wir noch hier so ein Eingangsschild. Für eine Safari Lodge. Da könnte man richtig so ein kleines Dorf draus bauen, glaube ich, mit den Gebäuden. Da kommen nämlich jetzt noch mehr. Oh, hier ist die Safari Lodge. Okay. Ah, krass. Da kann man dann halt ein riesiges Gebäude draus bauen. Macht man hier vorne irgendwie den Eingang hin. Dann da einen Weg durch. Dann ungefähr so. Also ich muss es jetzt ja nicht perfekt machen. Ich glaube, man kann das schon ganz gut erkennen. Man könnte die dann ja auch noch kombinieren miteinander, die Gebäude, indem man das irgendwie vergrößert. Und einfach so einen richtigen großen Besucherbereich dann baut. Sieht schon echt cool aus. Das hier ist auch nochmal so ein Strohschirmchen. Oh, mit der Isla Nubla Karte. Oh, das ist sogar die Original Park Karte. Wie cool. Da sind sogar die ganzen Gehege eingezeichnet, wo was ist. Wenn man Jurassic Park nachbaut, ist das natürlich ideal. Kann man sowas direkt an den Eingang machen. Äh, und. Und zu guter Letzt haben wir noch hier einen Turm. Ich glaube, das ist ein Ausguck. Habe mich nicht alles täuscht. Command Compound. Okay. Ja, das ist wirklich so ein Ausguck für die Mitarbeiter. Da kann man dann natürlich auch den Weg reinführen, damit das auch verbunden aussieht, das Gebäude. Ach so. Und dann können die Mitarbeiter dort von hier oben in die Gehege zum Beispiel schauen oder irgendwas anderes überwachen. Ich glaube, man kann das schon ganz gut sehen, ne? Das sieht schon echt cool aus, die Sachen. Hier finde ich es auch besonders cool, dass das hier noch solche Stege hat. Also, dass die Besucher hier so rausgehen können und dann hier so eine Terrasse quasi haben. Beziehungsweise ein Balkon, das ist ja eher... Ey, wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung, wie man das genau nennt. Ist aber sehr cool. Das kann man halt dann auch in Gehege oder sowas reinbauen. Dass man hier dann zum Beispiel einen Zaun baut. Ist jetzt alles nicht so schön, aber das ist vom Prinzip versteht. Also hier wäre dann das Gehege mit Dinosauriern und dann können die Besucher sich halt hier oben hinstellen und dann direkt in das Gehege schauen. Und als nächstes haben wir eine Mod, welche die Jurassic Tour durch eine Dschungel-River-Cruise-Fahrt ersetzt, also durch eine Bootsfahrt. Sieht man hier auch ganz gut am Logo. Und auch das Gebäude wird dann verändert. Sieht aber optisch auch cool aus. Passt halt auch wieder perfekt mit den Strohdächern zu der anderen Mod, die ich euch gerade gezeigt hatte. Also das ist eine ganz unabhängige Mod. Also das hier ist nochmal eine eigene Mod jetzt, die ich euch zeige. Ich mache jetzt mal hier schon mal so eine kleine Strecke, dass ihr es schon mal seht. Und dann fahren hier die Boote los. Das sieht doch echt cool aus. Da hat das Jurassic Park-Logo vorne drauf. Und auch ohne Fahrer. Also der Fahrer, der vorher in der Tour war, ist dann unsichtbar. Ich weiß gar nicht, ob sich hier die Gäste hinsetzen. Das werden wir gleich sehen. Selbst hier ist sogar nochmal ein Logo drauf. Dafür müssen wir gleich mal Dinosaurier kurz freilassen, dass auch Gäste kommen. Und die Gäste sitzen da dann auch wirklich drin. Okay, das ist sehr cool. Das funktioniert wirklich super. Sieht natürlich gerade noch unlogisch aus, weil die halt voll auf dem Land fahren. Aber das kann man auch noch ändern, denn passend zu dieser neuen Tour ist auch eine neue Dekorationsmod gekommen. Und diese bringt 14 neue Dekorobjekte ins Spiel. Da haben wir einmal so ein Jurassic Park-Schild. Auch in Holzoptik so. Und dann haben wir hier ein platzierbares Wasser, weil ansonsten könnte man halt die Tour nicht im Wasser fahren lassen. Mit dem Wasser kann man das, glaube ich, am besten machen, wenn man das so ein bisschen absenkt. Also ganz leicht. Das war jetzt ein bisschen zu viel schon. Also das ist ein bisschen niedriger ist als hier das Hauptlevel. Und dann kann man das einfach hier so rein platzieren. Das funktioniert dann auch echt gut. Jetzt seht ihr gleich, dass das Boot dann auch im Wasser fährt. Hier gibt es leider nicht diese Spritzer-Effekte oder so, aber das sieht jetzt auf jeden Fall schon nach Bootstour aus. Finde ich mega cool. Könnt dann natürlich hier die Ränder auch noch ein bisschen mit Felsen und sowas auskleiden und sowas. Dann sieht das noch schöner aus. Bäume hin. Natürlich Felsen. Also da kann man sich dann austoben, wie man möchte. Und dann kriegt man dann noch mehr dieses Plus-Feeling hin oder Wasser-Feeling. Aber ich denke mal, das Prinzip habt ihr schon ganz gut verstanden. Also man senkt das hier ein bisschen ab, macht dann dieses platzierbare Wasser rein und dann sollte das eigentlich alles funktionieren. Der Barionix hat gar keinen Bock auf die Gäste. Aber es gibt auch noch mehr Deko-Objekte. Die zeige ich euch jetzt auch noch mal schnell. Weil das natürlich schon hier die Mega-Attraktion ist. Einfach so eine Bootstour durchs Gehege. Werde ich irgendwann auch noch mal einen schönen bauen, denke ich. Es gibt aber zum Beispiel auch noch hier so ein Gebäude. Ah, das ist so ein Gebäude für die Gehege dann, für die Bootstour. Kann man sich dann die Bilder kaufen, die in der Bootstour gemacht wurden. Hier sind noch mal Toiletten drin. Ah, da kann man sogar in die Toilette reingucken. Ah ne, das ist gar keine Toilette hier. Das ist ein kleiner Kiosk. Ach ja, steht ja hier. Jurassic Park. Weiß das Ganze wohl. So ein Café oder sowas. So, hier können die Leute dann noch mal Sachen kaufen. Hier können die Bilder kaufen. Sind dann noch Toiletten drin. Und hier so ein Ausguckturm. Dann haben wir auch noch einige Stege. Die kann man natürlich auch gut in Kombination bauen mit zum Beispiel diesem Wasser. Da muss man sich dann halt ein bisschen rumprobieren, dass es gut aussieht. Funktioniert natürlich immer sehr, sehr gut, wenn man dann diese Mod installiert hat, wo man dann Sachen noch mal einzeln greifen kann und von der Höhe verändern kann. Kann man das auch anpassen. Diese Stege gibt es dann in ganz vielen verschiedenen Formen. Da kann man dann wirklich alles so bauen, wie man es möchte. Verschiedene Formen, verschiedene Größen. Dann haben die teilweise die Geländer an verschiedenen Seiten. Und wenn man die entfernen will, sieht man das übrigens auch mal ganz gut. Dieser Punkt hier ist halt da, wo man rüber havern muss, damit man das entfernen kann. Und auch an diesem Punkt kann man dann mit dieser äh, wie heißt die? Move Tool Freeform. Genau, mit diesem Move Tool kann man die dann auch bewegen. Das Move Tool kann ich für euch auch in der Videobeschreibung verlinken, wenn ihr wollt. Weil damit kann man das halt gut kombinieren. Dann kann man das nämlich nochmal von der Höhe und so verändern. Und dann kann man auch, es gibt hier ganz viele Stege, aber es gibt zum Beispiel auch Brücken. Ich glaube, ich habe euch jetzt ja fast alle gezeigt. Mit diesen Formen kann man auf jeden Fall schon gut arbeiten. Und es gibt dann auch noch zwei Brücken. Einmal diese hier. Und einmal eine längere. Und da kann man dann natürlich auch das Ganze sich greifen. Ein bisschen höher machen. Das war schon ein bisschen zu hoch. Oh, den wollte ich nicht greifen. Das kriegt hier gerade nicht gegriffen. Ja, wenn man das nicht hinbekommt, muss man mal gucken, wo dieser Punkt ist. Weil hier kann man den immer greifen. Und dann kann man sozusagen die Bootstour da unten durchfahren lassen. Wir spulen mal ein bisschen vor, bis das Boot jetzt kommt. Dann seht ihr das. Muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, weil die Dinosaurier und so laufen halt da durch. Das sieht doch eigentlich dann ganz cool aus. Leider benutzen die Besucher natürlich diese Brücken nicht. Sind halt nur optisch. Aber ich finde es trotzdem cool, dass man halt so ein Stege- und Brückenset hat. Das hat uns eigentlich immer gefehlt. Aber es gibt noch mehr Sachen. Denn wir haben hier zum Beispiel noch eine Karte von der Original River Cruise aus dem Jurassic Park. Hier ist dann die Strecke. Geht durch viele Gehege. Hier ist auch wieder Mr. DNA. Rückseite ist nichts. Dann haben wir noch ein sehr cooles Artwork von Jurassic Park. Und als nächstes haben wir noch noch ein cooles Artwork. Ach, das ist sogar von der River Cruise. 1994 sollte die eröffnet werden. Das heißt, die wurde nie eröffnet, weil ja der Film 93 spielt. Und wir haben hier dann auch noch so eine riesige Überdachung. Das sieht auch interessant aus von hier oben. Ich verstehe ehrlich gesagt das Dach nicht so ganz, weil das sehr undicht ist. Aber das wird wahrscheinlich auch aus irgendeinem Jurassic Park Artwork kommen oder Game oder so. Gehe ich mal von aus. Und zu guter Letzt... Ne, das war's glaube ich. Ja, das war's. Die Sachen hatte ich euch vorhin schon gezeigt. Das war von der anderen Mod. Also es waren jetzt insgesamt drei Mods. Einmal dieses Gebäudeset hier. Dann die Bootstour. Die wird übrigens ersetzt. Also die ersetzt halt die normale Jurassic Tour. Die kommt nicht zusätzlich ins Spiel. Und dann gibt's noch diese Deko-Objekte, die ich euch gerade gezeigt hab. Hier diese Sachen. Das ist halt das passende Set zu der Dschungelriver Cruisefahrt. Diese Deko-Objekte kommen übrigens zusätzlich ins Spiel. Die überschreiben nichts. Es ist halt nur die Bootstour, die etwas überschreibt. Aber die finde ich richtig cool, die Bootstour, muss ich sagen. Ich hoffe, dass die auch so gut funktioniert. Und wenn man sich da Mühe gibt, dann kann man sicherlich eine richtig coole Bootsfahrt auch bauen, die optisch mega gut aussieht. Wird ich auf jeden Fall irgendwann mal mit euch machen. Ja, aber Leute, das soll's jetzt mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, diese Mods haben euch gut gefallen. Ich verlinke die alle für euch unten in der Videobeschreibung. Genauso wie das Move-Tool. Und wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Würde mich über ein Like freuen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.